Und das sieht voll nach nur'n Labyrinth aus. Ist ja total was für mich. Weil ich hab ja die Mega-Koordination und in Rätseln bin ich auch voll gut, ne? Pro-Gamer und so, ihr wisst ja bescheid. Oh Mann. Da darf ich nix drehen. Mhm. Darf ich hier lang? Darf ich. Schmerze. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Na, erzähl. Oh, was ist das? Frankenstein? Unten rechts, wer es nicht bemerkt hat. Dies ist Zaroks Garten. Nichts ist, ich hab's heute. Nichts ist so, wie es zunächst scheint. Um hier rauszukommen, müsst ihr erst Jack, den Rätselmeister, suchen. Achso. Okay. Ich lese heut' Scheiße. Kommt vor. Mit ner Fliegenklatsche? Hast du echt ne Fliegenklatsche? Was bist du? Du bist, äh, hältst mehr aus, als mir lieb ist. Hatte der ne Fliegenklatsche in der Hand? Wieso darf ich die Sicht nicht ändern? Weil ihr scheiße seid. Und warum sollte ich da was Rotes einlegen? Wenn ich... Hä? Ein Ohren. Achso, um hier. Äh, ah, okay. Das sieht mir aus wie so'n... Monströser Friedhof. Was ist das? Höh? Was? 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 Den hab' ich gar nicht gesehen. Alter. Wo ist er hin? Da ist er hin. Komm mal hierher. Komm mal hierher. Ich schwing mein Ding für dich, Mann. Komm. Man sieht auch so viel. Ja, komm her. Komm her. Komm her. Okay. Eh. Das war das Grüne. War das hier Gras? Nee. Doch. Doch, doch. Ach du liebe Zeit. Oh, nö. Das wird spaßig. Das sieht aus wie ne Plattenfrau. Und da wächst Gras an dem Drachenarsch oder so. Und du kannst bestimmt reden. Bestimmt, wenn ich mich hier drauf stelle. Nee. Dann, wenn ich dich anquatsch. Hi. Seid gegrüßt, FotosQ. Ich bin Jack, der Rätselmeister. Und dieser Irrgarten ist mein Reich. Ihr könnt weitergehen, doch erst müsst ihr vier Rätsel lösen, die so höllisch verzwickt und verteufelt schwer sind, dass sie noch nie geknackt wurden. Hier mein erstes Rätsel. Abends kommen sie, doch niemand bringt sie. Morgens gehen sie, doch niemand stiehlt sie. Na, großartig. Sie kommen bei Nacht von keinem gebracht. Fort sind sie am Morgen von niemand verborgen. Ich sag Sterne. Ja und? Willst du die Antwort nicht hören? Sterne? Oder so. Darf ich diesen komischen Vieh eigentlich auf den Sack hau? Tatsache! Cool. Ähm, denn ist hier ja zu... Warum ist denn hier jetzt offen? Ähm, und von hier bin ich gekommen, ne? Da brauche ich die rote. Okay, okay. Geil. Rätsel. Jetzt hätte ich es nicht geahnt. Und... Und... Hey, Dicker. Komm mal her. Komm doch mal... Ach. Hör mal auf! Ich wollte doch eigentlich erst nach links. Oder? Scheiße. Okay, gehen wir erst mal hier lang. Hat es hiermit irgendwas auf sich? Nein. Da ist noch so ein Spaten. So. Stern. Genau. Du. Mit... So. Äh, okay. Warum? Ich habe doch da schon mal einen gesehen. War mir nicht so? Da war doch noch einer, oder nicht? Ich weiß nur gerade nicht... Wo? War der hier schon? Ja. Nein. Da. Stand da eben zuvor vier verbleiben? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt schon völlig durch. Ist hier auch ein Stern? Ist hier auch ein Stern? Nee. Nur so ein hässlicher... Okay. Okay. Also weiter. To the left. To the left. Was bist du? Bist du... Durchsichtig? Ich dachte, du wärst... Irgendwie... Kaputt war? Hast du nichts für mich? Nee. Gut, dann nicht. Püh. Mhm. Wann gehe ich denn jetzt lang? Zuerst hier... Ja. Was? Was denn hier? Meine Lieben. Ihr übertreibt. Übertreibt maßlos. Alter. Da. Oh. Alle auf einmal... Das Geld. Das finde ich gut. Und da ist nix. Das finde ich weniger gut. Und da ist wieder Geld. Und das finde ich wieder gut. Und da... Finde ich gedacht, ich komme irgendwo irgendwo hin. Oh, ein Sternchen. Nein. Okay. Ich traue mich nicht ganz, die Glocke zu läuten. Ich möchte niemanden wecken oder erbosen, der... Ne? Da warten wir noch. Ja. Ne? So. Da ist noch ein Stern. Deiner Mitte möchte ich noch gar nicht... Tau auf! Ihr seid voll unfreundlich hier. Hat euch das schon mal jemand gesagt? Voll keine Manieren. Du siehst aus wie Zarok. Du bist voll scheiße. Wie einer verbleibt. Was ist mit dir? Bestiab. Und hier? Was ist denn du für ein Arsch? Kann ich dir nix? Lauf! Äh... Äh... Okay. Dann gibt es wahrscheinlich da, wo ich den Drachenkopf abgehauen habe. Noch einen. Wäh, 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 wäh. Du bist viel gesoffen. Moment. Ach, ne. Na gut. Also hier. Ja! Oh! Psst! Soll doch keiner hören. Die kommt mir auch bekannt vor. Nur die Hängetitten fehlen. Stern! Stern! Was ist hier unten? Nicht schlecht, Herr Specht. Mein Sternenrätsel war aber nur der Anfang. Und ich fange gerne einfach an. Komm zurück! Mein nächstes Rätsel wird viel schwerer. Ja. Ich befürchte es. Aber gut. Da waren ja auch überall nur Sterne. Was hättest du sonst machen sollen? Okay. Wäre wahrscheinlich keiner drauf gekommen, diese Statuen oder diese Büsche da, Sternenbüsche da überhaupt zu dingsen und so. Aber gut. Ich bringe Lächter in. Die Zuschauer freut's. Ohne sie bin ich nichts. Was? Ich bringe Gelächter. Die Zuschauer freut's. Ohne sie... Was haltet ihr einfach mal davon? Den Text und die Synchro gleich... Ich bringe das Lachen in der Menschengesicht. Ohne sie bin ich nicht. Oh, scheiße. Clown. Ich bringe Lachen in der Menschengesicht. Ohne sie bin ich nicht. Es wird mir bestimmt gleich irgendjemand hier... Drache wohl nicht... Lachen in der Menschengesicht ohne sie. Ähm... 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 Bringst du Lachen in Menschengesicht? Nö. Hätt' ja sein können. Ähm... Okay, da komm' ich ja eh noch nicht lang. Zähne. Ich bringe Lachen in Menschengesicht und ohne sie bin ich nicht. Also Zähne. Aber bringt ja kein... Bringen ja kein Lachen, oder? Ein Einhorn. Und ohne sie wärst du nicht. Einhorn. Zweihorn. Dreihorn. Was? Wie? Hä? Was denke ich mit hier? Da darf ich... Da komm' ich gar nicht lang, ne? Nein. Nein. Mach mal so. Was ist dat hier? Was ist dat? Ohne sie bin ich nicht. Great. I really love this game. Yes, yes. Did it! Alter! Okay. Wieso kann... Ah! It's open now. Wow. Vielen Dank.